Martin Frey aus Abwehr mit einem ES-DF und ES steht für Gerhard Schneider. Es war eine sehr freundliche Handelsliste aus Bekannten von den Firmen aus Weiberg und Ries. Das Auto ist heute in Rufe von Kohlburg am Norden, dass dieses Auto hier in der Schweiz doch so am Leben verhandelt wird. Das Auto ist heute in Rufe von Kohlburg am Norden, die im Rufe von Kohlburg am Norden. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR So, go, 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 go! Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018